Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play Far Cry 3 und wir müssen zu den Liesfeldern gehen. Liesfelder, Lies, lecker Lies. So, hier hatten wir den Shop, aber da hatte ich das letzte Mal schon einiges vercheckt. Hier haben wir noch ein bisschen Zeug und ich habe festgestellt, glaube ich, das letzte Mal, dass uns noch ein Checkpoint fehlt. Und zwar so ein Funkturm hier. Und hier haben wir noch eine Prüfung der Rakyat. Aber ich würde gerne mal gucken, wie unterschiedlich die Prüfungen der Rakyat eigentlich sind, weil man kann ja da auch so dieses Einhorn-Gedöns und was nicht alles gibt, noch Gewinnen bekommen, damit man sich tollere Waffen, äh, naja, nicht Waffen, aber tolleres Zeug schnappen kann. Ubicroy. Ne, das heißt Ubisoft. Naja, man kann ja nicht alles wissen. Was haben wir denn hier? Transporterzerstörung. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Also so wie immer. Angreifer-Kill, Verteidiger, RPG-Geschütz-Kill, MG-Geschütz-Kill. Nice. So, von wo kommen die denn? Oh, fuck, so viele. Ich muss mir erstmal eine Spritze geben. Wo sind denn die Typen? Ich, ich höre sie ballern, aber ich sehe sie nicht. Ich höre. Fremde Stimmen. Oh, was? Hubschrauber. What the fuck? Oh, komm, komm, komm schon. Heile dich. Ah, oder auch nicht. Was habe ich denn geschafft überhaupt hier zu, ähm, kriegen? Deine Bestleistung 0. Wie jetzt fehlgeschlagen. Ah, 135, da steht's. 120. Mhm, mhm, mhm. Um 250 Geld zu erhalten. Ja, das haben wir ja geschafft. Also kriege ich jetzt Geld, oder wie? Lautloser Kill, Kopfschuss, Takedown Kill. Hm. Ich frage mich, wie ich lautlos etwas killen soll. Ich habe keine anderen Waffen, oder? Nein. Natürlich nicht. Das einzige, was scheiße ist, ist das Nachladen. Okay. Hä? Was war denn jetzt? Zeit abgelaufen, oder was? Ach, wenn ich keinen töte, kriege ich keine Punkte, und dann kriege ich auch keine Zeit. Gut geschrieben. Ah. Naja, das muss man ja wissen. Das ist jetzt die Frage, kann man zwei auf einmal platt machen? Oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Ach, Zeitbonus. Zehn Sekunden. Yeah. Imba. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Hier oben bin ich. So. Einer im Sinn, und so weiter und so fort. Ich habe auch unendlich viel Medizin, oder wie? Wenn ich das richtig hier sehe. Komm schon, Kuh drücken. So. Zwischendurch immer mal heilen. Komm, weiß ja nie. Oh, scheiße, der Hubschrauber. Ha-ha. Niemand kann mich auffalten. Ist hier noch irgendwo ein Hubschrauber? Ich höre einen Hubschrauber, ich sehe keinen. Alter, wo kommen denn die her? Sind die ausgestiegen, oder was? Ach nö, noch ein, noch ein Heli. Heli-Pop-Dop. Einer mit. Rein in den Armen. Mit den Thronen. Alter, noch einer. Scheiße. Wie soll ich denn die Typen da unten noch killen? Moment, ich brauche noch einen Zeitbonus. Ich brauche noch. Iiii. Victory. Victoria. Gloria, Victoria. Bitte, bitte, bitte. Du heißt es da. Gloria, Victoria. Bitte, bitte, bitte. Bums, bums. Ein Mann, der sich Jokomic nannt. Bitte, 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 bitte. Bums, bums. War in. Hakyat wohlbekannt. Bitte, bitte, bitte. Bums, bums. So, wir haben 500. Jo. Oh, cool. Aber, was nützt mir das? Das Blöde ist nämlich, ich habe 500 Punkte. Oder 500 Dollar, aber mein Portemonnaie war ja voll. Tada. Naja, wenigstens haben wir die Prüfung aktiviert. Ähm, absolviert. Eine grüne Pflanze ist hier irgendwo. Ah. Sehr gut. Okay, wo müssen wir hin? Was habe ich gesagt? Ich wollte ja mal hier nach Monkey Boom Boom. Ist da irgendwas in der Nähe, wo ich hin kann? Schnell reisen? Ne, ist nicht wirklich was in der Nähe. Ich wollte wissen, was das ist und ich wollte diesen Funkturm freischalten. Dann können wir hier hoch. Ja, liebe Buddies, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Wir werden nicht sofort in der Story weitermachen. Es tut mir leid, aber ich wollte da unbedingt mal hin und gucken, ob wir irgendwas in die Luft jagen können. Weil ich meine, wir haben zwar schon heute viel in die Luft gejagt, aber vielleicht können wir noch mehr in die Luft jagen. Ich fahre ein bisschen durch die Gegend. Und das ist wunderbar. Oder so. Oh, da vorne sind wieder zwei. Versucht nicht mehr auszuweichen. Ja, ja, ich bin schon weg. So, wo ist denn der Typ? Verfolgt er mich? Nicht wirklich, oder? Oh, ich dachte, der kommt hinterher. Da kann ich auch noch hier die Klippe runterfahren. Wenn mich keiner verfolgt, kann ich auch keiner aufhalten. Vorsicht, selbst. Schnell aussteigen. Wer weiß, wann es explodiert. Hauptsache es kommt kein Bär oder so. Oder Nashörner. Nashörner wären auch schlecht. Oh, guck mal Rehe. Mhh, lecker Rehebraten. Ach naja, eigentlich brauche ich kein Rehfell. Warum soll ich sie erschießen? Ich bin freundlich und lasse sie leben. Lebt weiter, lebt weiter. Ich wüsste auch nicht, wofür ich noch Rehfell bräuchte. Eventuell. Und falls doch, komme ich hierher einfach wieder zurück. Diese Anleitung ist bereit zu herstellen. Und welche? Tödlicher Jäger. Nicht Herrschwerner. Dieses Mittel konzentriert die Körperkräfte und ermöglicht es beim Kampf mit Tieren mehr Schaden anzurichten. Ah, okay. Kaminrotes Blatt, Bernstein gelbes Blatt. Und da brauche ich dann zwei davon. Das heißt, wenn ich mal gegen den Bär oder sowas kämpfen muss, dann am besten so ein gelbes Ding vorher einwerfen. Ja, aber das muss man ja wissen. Hey, ich bin Jason. Suchst du nach mir? Wunderbar. Hörg. Ist das eine Abwaltung für Herkules oder so? Nee, Mann. Meine Eltern waren Pazifisten. Oh, scheiße. Oh, nein, nein, nein. Wo ist Coco, Mann? Wegen dir habe ich Coco verloren. Wer? Coco. Machackenäffchen. Ungefähr so groß. Trägt eine Weste. Mit etwa einem Pfund C4 drin. Du bewaffnest einen Affen mit C4? Die Navy tat's mit Delfinen. Die Russen taten's mit Hunden während des Zweiten Weltkriegs. Haben's aber verkackt. Hatten keine deutschen Panzer zum Üben. Also brachten sie ihn bei, unter die eigenen Panzer zu kriechen. Witzig, oder? Und du machst dasselbe mit Affen? Oh. Na. Ich hab gedacht, ich überlasse Coco, die Drecksarbeit, aber... Das war wohl nix, hm? Ich muss das entschärfen. Den Sprengstoff? Nein. Ich mein Coco. Wenn er bei den anderen Äffchen explodiert, dann kommen die Kerlchen durch Schiss. Die Lunte brennt! Oh, der arme Affe. Oh, ihr konntios, kleiner Freund. Nein! Warte! Da ist er ja! Oh Mann, er hat wohl die Weste ausgezogen. Das ist wunderbar. Also, ich hab jedenfalls Arbeit für dich. Ja, die Piraten haben Diamanten aus dem Bower-Seqo-Konflikt bekommen, doch unsere Rebellen, Freunde, brauchen sie dringender, korrekt? Ja, die Rakia könnten sie gegen Vorräte tauschen. Ich hab bereits Snowflake und Bubbles 2 rausgeschickt, aber sie werden vermisst. Das war mir klar. Also musst du in diesen alten Tempel und dir die Diamanten schnappen. Ach ja, ich muss in den alten Tempel und mir irgendwelche Diamanten schnappen. Und warum laufen hier bitte Affen rum? Ist er gut oder böse? Makark, drücker Escape. Heimisch, sie können lästig sein, doch im Notfall lassen sie sich mit CIA-Methoden und werden zu Spezialisten in Waffen. Oh, treue Kampfgenossen mit Affen. Hätten wir den Vietnam-Keep gewinnen können? Frag nur Donald Rumsfeld, der weiß Bescheid. Ja, wenn ich ihn treffe, werde ich ihn fragen. Ja, so ein Affe mit Hut wäre das super. Völlig toll. Warum sind die eigentlich rot? Sind die feindlich oder was? Okay, wo soll ich jetzt was machen? Ich soll in den Tempel gehen und da alle umbringen oder so. Also schätze ich jetzt einfach mal, dass das so ähnlich laufen wird. Kommt mir der Affe jetzt hinterher? Nein. Glück gehabt. Ich habe auch irgendwo C4 und ich weiß nur nicht, wie ich es benutze. Die Affen sind schlauer als ich. Verdammt. Ah, hier. Ich brauche doch noch so ein gelbes Blatt, um später mal gegen Bären zu kämpfen oder so. Bärenstark, sage ich nur. Sehe ich hier irgendwelche Feindetüge oder sonst irgendwas? Hm, Straße. Noch ein kaminrotes Blatt. Die wären langsam wichtig für mich. Gibt's doch gar nicht. Ich dachte immer so, die anderen Blätter sind alle sinnlos, aber das kommt eher später als jetzt. Früher. Dass man dann die, den Wert der Blätter zu schätzen weiß, sozusagen. Find und entwende die Diamanten. Na, erstmal muss ich gucken, ob es hier irgendwelche Gegner gibt. Dann kann ich irgendwas finden und auch irgendwas entwenden. Ach, ein Sniper. Scheiße. Ich glaube, den Sniper schalte ich gleich mal jetzt aus. Die sind nämlich nervig. Ich schleiche mich erst mal so ein bisschen um den Tempelturm rum. Vielleicht entdecke ich ein Schlupfloch. Oder ein Schlupferloch. Okay, was haben wir denn hier? Zwei. Kann ich die beide auf einmal killen? Geht das durch? Das wäre doch genial. Scheiße. Der war kugelsicher oder so. Okay. Man muss die Zeit nutzen, wie man die Zeit nutzt. Oder so ähnlich. Okay, ich habe sie auf jeden Fall erst mal so weit ausgeschaltet hier draußen. Ja, ich wärme mich gleich. Fangt das! War doch lustig. Er hat sogar gefangen. Ha! Oder besser gesagt, versucht. Kommt doch her. So, einer nach dem anderen. Sehr schlau sind sie ja nicht. Hauptsache, es kommt von hinten keiner. Hm. Wer ist für ein Arsch? Ihr seid Arsch. Äh, mit Ohren. Ruft mich, wenn ihr irgendwas findet. Ruft mich, wenn ihr irgendwas findet. Ich finde immer mal was. Ah, und da laufen immer noch welche rum. Oh, und die sehen jetzt einen Schnieper. Die Typen kann man einfach nicht mit einem Headshot ausschalten. Oh, oh. Flammen-Dingsbums. Das ist schlecht. Jetzt hat er hier was angezündet. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gehe mal lieber in Deckung. Ich gehe mal auf die andere Seite. Da sind auch noch zwei irgendwie. Die ahnen nichts. Ich bin ja so gemein. Scheiße. Scheiße. Ich höre eine Schlange oder sowas. Oder ein Waran. Ich höre irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Schlangen. Boah, es zischt auf jeden Fall. Ich mag nichts, was zischt. Da läuft eine Ratte. Ah, da steht der Typ. Ist schon mal schlecht. Da steht der übelste gepanzerte Typ hier. So, das sollte es gewesen sein. Das habe ich... Oh, 200 für den Kopfschuss. Aber den habe ich davor noch mit dem... Dings ins Visier genommen. Naja, wer weiß. Okay. Hm, strange. Mach ich. Hier bin ich. Bleib doch mal liegen. Junge. Fackelst du dir noch alles ab? Moment. Wo hatte ich... Wo hatte ich die nette Wummel? Hier auf der 4. Sehr gut. Gibt es hier noch jemanden, den ich ausschalten, einschalten, umschalten kann? Hi-Fetisch. Aber keine Diamanten. Jetzt die Frage, sind die Diamanten da oben irgendwo drin? Ja, lief ja gar nicht mal so schlecht. Nur ein Lebensbalken verloren. Obwohl ich nicht weiß, ob ich den vielleicht vorher schon verloren hatte. Oh, der sieht nicht gut aus, der Arme. So, erstmal das Aufsammeln, einladen. So, Diamanten. So, Diamanten. Habe ich hier irgendwo Diamanten? Du bist kein Diamant. Das sehe ich, äh, auch mit ungeschulten Augen. Vielleicht weiter oben. Oder Pokerchip. Oder Pokerchip. Papa, Papa, Pokerchip. Papa, Pokerchip. Komme ich hier noch höher? Nö. Ach doch, ich muss ganz darauf wahrscheinlich. Aber wie komme ich da hoch? Hm. Suchen wir einen Weg nach oben. Wir haben ja jetzt Zeit. Es sind überall Muni-Kisten. Wenn das nix ist. Da muss ich hoch. Okay. Das war mal eine Schlange. Da habe ich vorhin auch richtig gehört, dass hier die Schlangen gezischt haben. Oh, die haben sich auch wieder einen neuen anderen Dorfbewohner umgebracht. Das ist natürlich weniger gut. Ach, hier draußen kann ich ja auch nochmal hingehen. Kurz, kurz. Wenn ich sowieso schon mal hier lang laufen muss. Okay. Joker, Spielkarte, irgendwas anderes. Ja, eine größere Brieftasche kann ich ja leider nicht herstellen. Größeren Munitionsbeutel kann ich eventuell noch herstellen. Gerade mal gucken. Die, 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 die. Waffengurt, Brieftasche, Munitionsbeutel. Tigerfell. Ich muss die Tiger töten. Na gut, Tiger töten. Das werde ich mir immer merken können. So, hier kam ich hoch. Komme ich hier weiter? Das ist immer noch der Typ, der hier liegt. Oh, die sind aber auch krass gepanzert. Nur der Kopf hier gerade von ihm nicht. Komisch. Ich habe ihn doch aber vorhin am Kopf erwischt. Will ich mir jedenfalls ein. Das war es jetzt nicht. Finde und entwende Diamanten. Ja, würde ich ja gern, wenn ich herankommen würde. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da hoch? Vielleicht hier? Irgendwie? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Außen? Außen lang? Fragen über Fragen. Ah. Ich sehe, dass ich hier oben eventuell langkomme. Ah, jetzt stellt mich doch nicht vor solche Kletteraufgaben. Ich kletter doch so ungern. Ich bin doch faul. Ich sitze lieber hier auf meinem Stuhl. Und gucke anderen beim Klettern zu. Ah, Diamanten. Da ist er. Das war aber nicht sehr viel, oder? Oh. Was haben wir denn hier noch? Was ist das denn? Kann man tauschen? Oh, nicht runterfahren. Ist das besser als das, was ich habe? Ich weiß es nicht. Kann man da sich die Statistiken anschauen? Die Waffe kann ich jetzt nicht für einen Vergleich anschauen zu anderen Waffen, oder? Okay. Okay. So, die Frage, ob die auch mehr Schaden macht. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Frage. Mein Scharfschützengewehr. Ich glaube, meins ist besser als das andere. Aber das denkt man ja immer. Das ist, meins ist alles besser als die von den anderen. Cool. Na gut, jedenfalls Lager leergeräumt, Diamanten erhalten und nicht mal gestorben. Also, wenn das nix ist. Ich schätze immer, ich muss zurück zum Monkey Dingsbums. Ja. Sieht jedenfalls so aus. Gut, wir gehen jetzt nochmal zurück zum Monkey Dingsbums. Monkey Boom Beach, oder wie das Ding hieß. Und hoffen, dass wir in der Zwischenzeit nicht von irgendjemanden gekidnappt werden. Die Frage ist jetzt, wenn ich die neuen Waffen aufgenommen habe, die vorher vielleicht noch nicht da waren, sind sie dann jetzt im Shop erhältlich? Das ist auch mal eine gute Frage. Danke an Olaf57, der diese Frage gestellt hat. Was ist denn das da? Hm. Ich nähere mich mal, um das zu prüfen. Hauptsache es ist keine Schlange hier oder sowas. Oder ein Bär oder ein Nashorn oder... Überhaupt irgendwas. Interessant. Da gehört auf jeden Fall was rein in diese Symbole. Oder da gehört irgendwas dran. Da muss man irgendwas mit machen, wahrscheinlich. Die Frage ist natürlich nur, was? Was? Wird es wissen? Weißt du was? Nein, was dahin? Geh zum Versteck und deponiere die Diamanten dort. Wessen Versteck ist das denn? Hörg. Ich hab deine Diamanten. Was ist mit Snowflake oder Bubbles 2? Waren die da? Ja, mir geht's gut. Danke. Hab keinen Kratzer. Nein, ich fragte. Hast du meine Affen gefunden? Ich glaub, da ist eine Störung oder so, Mann. Wenn du mich hören kannst, leg die Diamanten im Versteck ab und greif dir die Belohnung, die da auf dich wartet. Denk dran, Mann. Du bist doch ein Ehrenmann. Ich vertrau dir voll und kann. Nun klar. Achso, da ist das Versteck. Hat's doch grad da angezeigt, oder? Ich geh trotzdem mal dahin. Weil da ist nämlich eine Kiste. Oder zwei Kisten. Hai-Fetisch. Ich hab ein Hai-Fetisch. Solange hier keine Haie drin rumschwimmen ist, alles okay. Na gut, dann geh ich mal zum sogenannten Versteck. Und, ja. Pflücken ein paar Pflanzen zwischendurch. Oh, ich bin gut, schön. Ich verkleide mein Haar mit Pflanzen. Dreckige Diamanten. Ein Mann namens Holt. Das ist dann unsere weitere Aufgabe jetzt. Gut, da müssen wir sowieso weitermachen. Und wir, meine lieben Freunde, sehen uns dann bei dem nächsten Let's Play, wenn es dann wieder darum geht, neue Sachen zu entdecken und freizuschalten. Aha. Neue Monkey Dingsbums Mission verfügbar. Das ist ja schon mal lustig. Man kriegt sozusagen immer weitere Missionen von ihm. Naja. Aber das können wir ja auswerten in der nächsten Folge. Wieso? Wie kommen denn die dahin? Da stand doch bis gerade eben auch keiner. Verrückt. Naja, egal. Hauptsache, sie sehen mich nicht. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, lieben meine lieben Buddies und Freunde. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Okay, Maschinenpistole. Boah, überall. Von überall wird geschossen. Bis dahin. Bod scope. Busch rein. annen. Vielen Dank.